Und wer war so ein Bier, hier war? Samurai. Janik. Den nehme ich mit ins Lager. Warte, mach mal ein Foto. So groß ist man kaufen, muss ich ja auch kommen. Nein. Nein. Ich bin um 11 Uhr los, steck gerade rein. Warte. Einfahren? Weil ich hier hin musste, sei ich wieder rum. Wieso bist du ja alleine gefahren? Du hast mir Bescheid gesagt, da wäre ich gestern nur mitgefahren. Ich bin um 11 Uhr los. Ja. Ich wollte eigentlich auch... ...und 12 Uhr. Nee. Ja auch gut. Der ist so geil. Der passt mit. Ja. Bist du mal von mir. Du, 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 du. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Skateboard. Skateboard. Ey, Mama. Oh du riechst. Da. Den kann ich schnell runter machen. Toi, jetzt komm ich nicht mehr raus. Ich kann nicht mehr raus. Halt dich, Chris macht doch mal aus. Franz, Franz, Franz. Der hat die Beine bis 90 Grad geworfen. Warum nicht?